1-Tap, 2-Tap Sehr kurz Wing Hallo, wer ist noch im Call? Ich Ah, sonst keiner Ich bin noch im Call, aber ich bin noch kurz kurz Ich bin jetzt grad schon live, ne? Also wie gesagt, wer in eure Stimme gehört will, sagt nicht was ihr am Ende bereut, ne? Ich bin jetzt grad schon Na, wie gesagt, wenn irgendwas sagt, was ihr am Ende bereut, nicht meine Schuld Ich hab mich am Anfang des Teams gewarnt Und Anthony sagt bitte nicht übertrieben, Hardcore Beleidigungen Einmal ficken aber hart Autotext Kannst du mir den Link schicken? Ich schick gleich hier wieder in den Chat Oh Gott Alles schick Geht der Link? Jo Ich hab Bock mehr zu schauen Perfekt Geht Geht Du bist da? Nein, du bist ja Und du Heyho, Microfreunde Heute mit dabei, da machs schon GHG Wo bin ich hier überhaupt? Ich kenn mich hier gar nicht aus, ob wir sind ja um vier ja ich bin auch hier seid ihr ich sehe es ich sehe es ich sehe es komm wir können fein ich geh drauf lass drauf gehen lass drauf gehen aber Fluxy ist noch da wir fokussen erst auf den Grounder hey George, Crystal Grounder richtig schlau Grounder tot du weißt dass er jetzt mit Wing ist ja, zieht so durch, direkt mit Wing komm nette Team, glaub an euch sehr schön aus für mich fokuss da ist Fluxy oh mein Gott Mushroom ich bin ein Fanboy GOKU GOKU ja GOKU bin nicht Team ja ich auch sicher oh oh ich stehe an Stream kann das sein, GOKU mein Freund shiii ah hier ist Fluxy Fluxy ein Hit du hast auch noch ein Hit gegeben, perfekt ah er bringt Winzen weg ja im Moment ist es halt so gtm7 ist halt bisschen leer deshalb sind wir alle gtm vielgas gegangen von uns ja wir sind jetzt gerade wie lange sind wir online? 20 minuten wir haben schon gefühlt ach fokus Hilfe, 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 Hilfe Hilfe, Hilfe, Hilfe ich bin immer auf schwimm mal ein bisschen, schwimm mal ein bisschen äh oh Ding hat ihn geflatzt wie gesagt ihr könnt doch gerne was in Chat reinschreiben ich liess eigentlich alles im Chat hab dir einen Hit gegeben hast du alles? Perfekt ich muss kurz äh Backpacken alle Leute die da ist einfach mal etwas in Chat schreiben wer ist stabil stream snipen ist nicht korrekt aber können wir machen kein Problem ich brauche ich brauche fuel wie viel hast du fuel? auf dem stream ich weiß nicht, niemand hat noch was geschrieben ich sehe nur Leute, dass immer vier Leute im stream sind ja ja gib mal ein bisschen fuel wichtiges bitte aus deinem Backpack ich bin selber nur noch in der Reihe ja gib mal ein bisschen Geld, Junge, Bruder ich hab 26k ich hab 5 mehr Jungen, willst du ja? ja, gib mal bevor du jetzt mal so 200k auf Ehre ja, ich hab viel hab ich schon gedacht, ne für den Mädchen Geldpay, ne kalti kalti Jungs, könnt ihr mal kurz irgendjemand bitte was schreiben ich hab Angst, dass ich aber den Chat nicht lesen kann weil der Chat kaputt ist alle die Maschen gg er ist ein Knecht und kann kein gtm ich glaub hi, hallo Virus ich hab jetzt mal Virus also grad was der ich glaub Dings war einfach ein bisschen ist ein bisschen zollt hier, weil der hat echt viel Minus gemacht gerade das Haus von Dings ist echt heftig von Lust das Flugzeug, ne 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 ja, das stimmt ja, ist auch ein stabil echt mies ich hab keine Amor gekauft, ich bin doof das Flugzeug da ist ein Grounder da ist das Monster Flug Monster Flugzeug, ground auf einmal net im Black Markt 15kis wo bist du denn äh, Holzunsel pf, also hinten Ich bin auch da, ich bin auch diese, also dieses Flugzeug, nicht Flugzeug, nicht dieses Holzhaus. Lass mich mal 101 gegen ihn. Kannst du da ankommen. Ja egal. Ich möchte nicht. Meine Maus ist auch schon wieder zwölf, schnittlich. Ist das denn Gukho da oben? Oh, 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 let's go. Hey, hey, ho. Nicht dieser Hit war, so musste er getroffen werden. Jetzt zieht er wieder mein Wing durch. Mein Pistol, ey, oh mein Gott, trifft er grad gar nichts. Oh, dieser Hitz hat einfach keine Hit-Rack, what the fuck. Oh, er ist gelockt. Das ist der scheiß Chip der Winger. Ah, scheiß Lack natürlich nicht, das ist natürlich. Mann, er läuft halt immer mit Wing weg. Dieser Lutscher. Komm doch rein, mein Junge, kein Problem. Oh, jetzt spielt er mit Left Hand, jetzt spielt er Left Hand. Er weiß, was er mit Left Hand gemacht hat, er hat Instant Forte passiert. Guku. Gips. Stuff. Oh. Ich hab ihn mit der Hand getötet. Junge, ist das ein Ami? Ne, ne. Jo, 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 jo. Langsam hier. Ich verstehe es nicht. Leute sind einfach so schnell. Wager mich. Alle Wager, alle ist Toxic. Alle, ja, das ist jetzt. Was ist halt das Ding so auf GTM4, ne? GTM4 ist läppig. Alle Tox gibt irgendwo in Raids an. GTM7 ein paar Leute online. Kann man ein bisschen wieder gehen. Wie auf GTM4 7? Ja, steht da, mein Gott. Komm mal, ich kann. GTM7. GTM7. Ich hab gewortet, ich hab keine Wurzel angekommen sind, warte mal. Ja, meine Wurzel angekommen sind, aber ich hab keine Wurzel. Auf zweiter Grauen, deshalb. Ja. Ich hab eigentlich mal Crowe was bekommen. Ich mach mal Schlechtbote. Ich mach mal Schlechtbote. Oh, das kenn ich. Klar kennst du das. so zeiten das kann Haken Kreuz ich bin Hitman, warum bin ich Hitman? ah wegen Nils Mohn ich habe meinen Gangcrash jetzt nicht, das wäre ein bisschen läppig hallo Leute alle die gekommen sind was geht's natürlich ist jetzt mitten in der Woche eigentlich nur am Wochenende aber euch gerade ein bisschen los gehabt und Jungs wie seid ihr in die Woche gestartet? Scheiße ich war krank und heute musste ich wieder in die Schule und hatte ersten Block Musik gehabt ja schon wieder einmal gekotzt Junge ich hasse Musik ich habe gar nicht gehört dass du reingekommen bist aber stabil ich hasse Musik ich kann das nicht alle sagen immer ja ist so leicht schrei mal bitte nicht so schrei mal bitte nicht so ja ich bin noch am streamen ja bitte treib es nicht alter der Monster auf jeden Fall die gewinnen auf jeden Fall gewinnen also Deutschland gewinnt glaube ich sag ich hoffe ich wenn nicht nicht hoffen es ist so mach schon traurig wenn keiner in deiner Gang ist dann hä? äh warte was hä? das wäre eigentlich das Rubi von mir Irgendwer ist Wing gerade gewesen Irgendwie ist Wing gerade gewesen ich war Wing also ich bin GP Wing ich mach auf jeden Fall kein 101 weil du mich absolut abfacken wirst weil ich bleiben konnte oder? nein das jetzt nicht aber machst du Discord Stream? warum? was? machst du Discord Stream? warum soll ich Discord Stream? ich steue aber schon auf YouTube ach so stimmt da besser ach so stimmt da besser Junge Niemand ist so gut wie tot aber ich auch Marsch das Brain bringt nichts klar der Helikopter ist fast sofort was ein Schwuchtel äh was nichts gesagt Jungs das ist alles ganz regelkonform Marsch die Blitz mit dem gleichen Pack wie ich lol ja gerade eben ich hab mit ganz anderen gespielt aber jetzt hab ich irgendwie Lust auf das bekommen ich das kenne sag mal wo der ist der ist genau über dir gar im Gegend der liegt genau bei der ähm äh bei der Treppe hab ihn Alter Profi Dankeschön schau mal schau mal du bist so ein Backstab ja ok es war ja für ein real Backstab aber was du nicht vergessen darfst das war ja der eigene Schuld wenn du das Stream anguckst ich hoffe nicht ich muss aber auch dieses HPTS wechseln find mir jetzt auf so alles in der gleichen Farbe wie geil So, I'm live on YouTube Das ist eine andere Farbe Machen wir was auf eins Hä? Geht's auf einmal nicht mehr Du hast das auf N Meine Güte Hä? Nein, aber nein, ich werd einfach gemutet Weil ich das nicht eingeben kann, warum? Ich hab einen Autotext Das ist doch okay, so ein Autotext Machen wir auf eins oder so Na, nochmal hier Hä? Ja, dann erstmal kurz Pause machen Jungs, alle nicht so gesprächig, Jungs Kommt, bisschen schreiben, bisschen reden Können fragen Du schön laut rumschreien gab, das ist noch nie bekannt Ihr könnt gerne ein bisschen schreiben Bisschen Ich trinke erstmal einen Eistee, guten Prost Warte Spaß Warte Allein stuff Was ist denn jetzt kacki wacki? Willst du was zum streamig nachfragen? Kacki wacki Kacki 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 gesehen kann ich hier haben ehrenmann dankeschön ehrenmann das ist ehrenmann herzen chat für monsterflug dann spaß trotzdem haben sie gesehen dass ich weg ist also ist es ja jetzt nicht ja ja aber ich bin schon gewundert tut ich bin ja das mit der dinge wegläuern ein bäume sind gefährlich okay was will die jetzt schon wieder naja ruby traut sich etwas nicht dieses chat ich meine stream chat und alles gut weil da sind nämlich so knallrot zu ja mann wo ist vibing digga mach mal deine deine beta weg hey wir haben beta haben jetzt nicht also die sind jetzt gerade wichtig ist das bild ja aber da werden ja man hat ihn es hat schon was denn jetzt mit mit seiteneingang er will sowas von den lud er hat erst so scheiße er ist so scheiße aber immer hier das kann zwar auch geben jetzt ja jetzt kommt zu nehmen die entschadeten sachen aber egal nein nein die haben sich gekillt das war das wertvollste von dem staff gerade das frau ich nicht mehr kaki waki es wäre stabil wenn du alles im ff am stream chat schreibst da musste ich immer auf so viele chats achten ich werde mir in frieden handwarnen du willst handwarnen nein ich mach keine handwarnen gegen animes wir haben einen browner echt cool das wer ist der minger hier bist du halt wie lange fungerlich ein delta monster kaki waki hab keinen äh von der seite was alles gut was soll ich zu sagen ist halt so ne dann scheinbar hier weiter das ist ein bug ich hab du musst es öffnen du musst es öffnen der muss ein mal gucken ne naja das ist ein bug monster flow warum musst du so ehrenlos schreib doch dankeschön gg du musst internet boom boom du 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 dummer du 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 dummer wo seid ihr denn wir laufen gerade das parkhaus hoch an die parkhaus dieses haus wo du ganz oben hast ich sehe euch halt nicht mal ne leider ist ja ich bin ich bin ich nicht ich habe gesagt wichtiges ich glaube ich kann mir hier kurz dieses permanent hier auf ganz schimmel bau ist kurz 22 games sind ich meine ja doch schon aber ja hanger games was sagt ihr uns habt über fahrer games hier ist ruhig probi hat mich ein paar stöcke drunter rennt jetzt wieder runter ha sie wird gefickt sie wird gefickt eine haupte jetzt hier ja hier er hat er hat er hat er hat sie wort genommen seit wann gibt es doch noch fünfzehn formelhäuser marsch hier in diesem 15 war ich hoffe dass der ding oder unter mit gp-d-ring als mein gott ich kann die kommen ihn mann auf einmal her meistens ja so gut ist das auf jeden fall nicht könnt ihr vielleicht können vielleicht nicht in diesem gebäude verhalten ich gehe nicht dieses gebäude rein ich war mal hier unter euch ist mein mann die smolms mit gp-ring ja hier unten bei inter ähm bei uns ist grad min mann ich weiß unten monster unten nein welches immer kannst du immer das noch mein bete haus kaufen er hat double tap kassiert junge der kleine schruchte was spaß die op möchte großen sein die großen jahre joh digga wie op nämlich ich werde immer bitte hinter kommt der typ ein bisschen für mich range ja ich bin tot starbierlich hat sie wieder so hit schräg jetzt von dem sorry ducky muss zu sein ich war aber jemand aber eine stabile hilfe jungs danke ja wo denn wo warst du überhaupt bitte wichtiger ist reg mich jetzt nicht bitte nicht auf ja komm mal bitte runter zu inter ganz oben bei er ist schon dann äh los es gibt's geht aber mal jetzt das box man muss los ja hör mal hoch ich bin tot von rober was ist mit dem text zum pack so geht eigentlich nicht da ist es nicht wo denn wann denn wie denn ich habe das noch nie gemacht ich will der wo wollte auf gomme spielen oder was ich verstecke mich nicht irgendwo am arsch der welt und da nein also wir worten uns alle gemeinsam haben dann 20 minuten zeit um zu looten sie haben wir uns bei tarmac ak auf nfp-port nein wir machen 20 nein zatchi ich bin zu weh ich muss doch nicht mal rasen mähen 15 15 15 15 15 okay aber ist der neue train erlaubt nein ne in fünf minuten ist eher ein reboot muss doch mal warten dann alle neue orte nicht ja alle neue orte nicht wenn du einen neuen orts vor uns dann direkt weg worten und du hast dich nur einmal worten und wenn soweit die 15 minuten dann verweisen worten wir uns alle tarmac aka nmp airport und dann auf go geht es dann go und dann geht es in alle alle knallen ohne capen ohne sticky also monster hat das von gestern da kann ich nichts für ich war die ganze zeit umzingelt an euch muss halt richtig defensiv spiel ich konnte nichts anderes machen ich war ja auch nicht per me erfolgt bin er ist reingegangen ich habe manchmal rausgegangen auch so das ohne kanada doch mit zufällig ja du ich bin auch zufällig damit ja wir spielen mit ich meine die regeln ich bin mit ich bin und ist die gesellschaft von mir also ohne ob sie die granaten und ist die granaten überhaupt da kann ich kann auch keiner sagen ja es wollte das die gut und so was auch immer ohne zwei granaten ja ohne granaten nicht richtig also wie sieht es aus wenn ich ein gb bekomme kann ich mir dann immer die bade spielen wenn du noch dazu bekommen ist dann ja doch oder nicht ja ja holf ist wieder ich kann halt wieder nicht im chat spamen das ist echt ein bisschen spassi also jungs die leute im stream habt ihr lust darauf soll ich spielen oder soll ich nicht spielen wollte lieber pvp sehen ich bin live haben sie keinen bock auf dich wie bitte mach doch den bp auf copy paste dann wirst du weg im marsch ist egal äh wer äh kriegt den stuff von den anderen marsch ok kriegt den stuff von den ja ist ok ist ok ja muss jetzt aufkauf kaki wagen willst mitspielen ok willst du discord oder was von mir ist noch discord kommen marsch kann dir nicht zoomen weil hab schon das max auf gestern so im so Wie ist die Beste? 1, 2, Trash für dich. 4, 4, 4, 4. Ich habe einen Minenmanns hinter dir. Ich frage es, wo hinter mir? Ich gehe nicht. Ich leere mal mein Inventar. Essen ist erlaubt mitzunehmen, oder nicht? Warte, hab mich! Nimm ihn, nimm es auf. Ich frage es, wo hinter mir? Ich gehe nicht. Ist das erlaubt, oder nicht? Ja, Essen mitzunehmen. Entschuldigung. Sonst der Flo? Mh, mh. Der ist gut, gleich irgendwie die Gang verlassen. Hallo. 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 So, das ist aber Friesern. Ja, lass ihn erstmal so Friesern kommen und gerne spielen. Back from AFK. Ciao. Minenmann. Kaki. Ja? Wo ist Minenmann? Oh, Minenmann. Das Essen? Was? Wie gut? Keine Ahnung. Ach, das ist perfekt. Das ist schön perfekt geschrieben. Halt der Junge, ne? Das Asian Pick, ne? Und dann der Himmel. Boah. Kagiwagi. Hat Rubi jetzt permanent Dings? Ja, hat er sich gekauft. Von No Ranked Off Supreme Instant. Jungs, der Himmel sieht echt schisch aus. Ja, das ist halt... Das ist ja nicht... Oh, mein Bett. Shit. Und Richtiges Ding. Ne. Na, schaffst du unten ein Permit-Haus? Ein 25er. Ein Haus-Haus? Ähm... Nein. Nein! Und bereust du sehr, dass man aus dich gekauft hast? Bei Tunnel? Bei Tunnel? Ja, das ist jetzt guter Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer-Gamer. Dann läch' mir mal ein Backpack aus, damit ihr sehen könnt, dass ich ihn nicht verarsche. Soll ich dir auch ein Switcher von meinem Info senden oder was? Mach einfach... leert einfach... Komm jetzt ein Backpack bitte. Ich hab gar keinen Platz mehr, ne. Ich schwöre dir. Tu in eine Kiste irgendwo. Ne. Meine ganzen Häuser sind... Das ist doch am besten, wenn du alles entleerst. Dann weißt du doch genau, dass du nix hier mitgenommen hast. Ist doch besser. Da kannst du alles reinschiffen, wenn du was gefunden hast. Wenn du schiebst von irgendein Hobo. Was dann? Dann ist es weg. Und wenn du auf jeden Fall irgendwas zusammenschiftest. Irgendwas oder was immer. Ich hab mir jetzt alles voll. Ist mir egal. Hauptsache... Die... Ich... Ich kann jetzt Ilkern machen oder so. Das war nicht ein Joke mit Ulf. Ey... Nein. Ich hab mir selber sagt bei For Real, das ist dein Relief-Name, so was du jetzt reingeschrieben hast. Ich weiß gar nicht, dass es so heiß ist. Ich hab so... Du blöfst safe. Ne... Es ist... Genau halt. Ich... Was? Ja... Dein Name in dem... Tier im Sp... Äh... YouTube. Ist dein Relief-Name oder was? Ja... Du weißt, was... Du weißt, was ich meine. Du bist es doch. Lach-Kick, ne? Er hat einfach... Er hat einfach seinen Relief-Namen geleakt. Weil er mit mir in den Chat gegangen ist. Schiiiisch! Uff... 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 Okay, Jungs. Ähm... Ich würd sagen... Also... Ja, ich würd sagen... Ja, ich würd sagen... Du redest ja nie... Ja, wir sind... Wie viele Leute sind wir? Wir sind drei Leute. Also von mir aus geht's los, ne? Ach so, warte... Ich will das erste noch mal... Warte mal chill... Wollt ihr alles wegpacken? Ja, okay, einmal gleich vor mir aus. Ja, nur vorher... Vor allem ist ja auch nicht... Von allem ist ja so schlimm. Also... 10 Minuten... Um... 10 Minuten bis... Äh... 31. Ja... Äh... Wie sieht's aus mit Leuten... Leute killen? In der Warson? Ist das okay? Ja, was sollen wir machen? Hä, ich spiel... Spiegel zu Warson. Du geh... Worson und äh... So alles. Ja, diese Pizza sieht so leck aus. Pfff... Ähm... Dings wollen wir... Äh... Andere GTM gehen und da Leute 80 verworren. Äh... Weil das Ding ist hier ist keiner anderen. Daki... Daki... Du solltest verstehen was wir meinen. Ich spiel das Hunger Games. Du spielst doch mit, wolltest du doch. Was spiel dir? Hunger Games. Ich spiel doch Hunger Games. Du hast sogar gesagt... Ich hab' ich gefragt ob du mitspielen willst und meintest ja. Ich dachte bei Dings wie heißt... äh... Aber wie heißt das Hunger Games? Ja, du gehst einfach jetzt in die Warson und sammelst den ganzen Stuff ein was du findest. Und damit fightest du gleich gegen uns. Aber was... Wenn... Wenn vor mir jetzt ein... äh... Polikor Mini an der Stuff, darf ich das ja auch sammeln und mich laden? Achso... Das ist ja voll cool, aber Essen darf man mitnehmen. Ja, ich bin live, aber... Ihr könnt euch schauen, mir ist egal. Aber Essen darfst du nur aus dem Ton ziehen. Von mir. Oder? Darf ich's nicht? Wie lange erkrippen wir uns? Zehn Minuten. Ja, jetzt machen wir eine 40 Stunde drauf, okay? Nein, du musst nicht übertreiben. Dann machen wir halt 10 Minuten. Ich hab jetzt schon zwei GP-Dill-Wings. Mit Spaß. Hey, äh... Oh, oh mein Gott! Wenn ich benutze, kann ich einfach äh... Äh... GP, ähm... Irgendwas Baseball oder sowas gehen. Ganz krank gedacht. Vielleicht diesen Stram-Snipern. Mann, äh... Ich hab schon... Okay... Ach, Scheiße. Oh, oh, oh... Weiß. So, das ist aber auch den... In den anderen GTMs einschreiben. Ja, was ist los, Monster? Monster... Kann ich einfach bitte auf den Discord-Immuten? Ich hab... Ich hab nur das gesagt... Chat zu achten, dann da zu achten, bitte. Es ist schon lange, Go. Wieso redet man's, wenn ich dann das ja nicht mal gemütet? Weil mir gerade habe ich so, äh, Dings geschrieben, ähm... Weil... Niemand... Weil er da so gesagt hat, ist wow ... Boah! Und dann habe ich so fünfmal geschrieben, das Gamer, das Gamer, das Gamer... Wall of water cover, ich hab so stabilen Stuff, ne? Ich nicht. Dann auf einmal schreibt mich das so ilo an, auf einmal so... Und du spams. Digga, kommt, wenn ich bin im geist, die sind Schätz mit. Suzy, komm mit mir, wir gehen, komm mit. Komm mit. Komm, wir gehen suchen. Oh mein Gott. ich hab so gut wie gewonnen ein paar kisten für mich bearbeiten bitte für viel schnell vor und bearbeite paar kisten für mich was ja ist gut vielleicht machen wir eine ganze kiste machte mal so 80 ich kann es nicht mit das liegen sonst ich verliere zeit und werden zweifel stabil oh mein gott ich werde gespielt kaputt bruder es kann sein dass er doch keine Sachen das schwul also wie gilt jemand nach neben dem die Tüte aber wo ist jetzt Corby's Team alt 10 Fingern zu sehen er hat erbarmt und nicht die okay ich auch gut nein bitte ruby rede du jetzt mal geantwortlich gesehen dass ich auch wollte ja was los wenn es darf ich gerade hin ich laufe schon hin das ist schön adventsorten für mich okay natürlich nicht so vielleicht ist auch nicht ja ich muss wort ich muss worten ich habe nicht so viel stoff ich bin in stadt er ist es jetzt nicht ganz darf es ist es man fragt niemand die wurde auch nicht nur mit den richtigen aufwarten aber ich kann es nicht sagen kommt jemand ich will die kiel für das sie geht ja von primarene lustige typ man darf keine dinge sehen ich bin in russien ja mit kd aber scheiß jahre jetzt äh jungs leute im stream sagt ihr habt gesehen was wir kommen ab wenn ja maschallah wie nie ich dir gerade nicht dein stream guckt das ist es nicht so ich bin ich dann 400 mal ich glaube ich bin ja ich bin einfach nicht den stream von musik recht zu und zu vergeben was man das team raus ist ehrenlos kann man ganzes absehen Denn das ist der Junge. Habe ich mal. Junge, wenn ich mich backsteppen will. Guck dir das an, Junge. Wieder am Stream snipen, ist der Typ. Wer ist es, Rubi? Susite, bitte beschütz mich. Hey. Mir hat Rubi gefühlt gekritzt. Komm mit mir. Folgt mir einfach bitte. Rubi ist Rookie. Rookie, der Supreme. Ist das Rubi? Ja. schlusslich beteiligt weil der typ bekommt noch mit baiting wo hier ein ehrenloser hund du bist echt sehr lustig von dir das ist mal so sterben oder typ jetzt aber das ding ist wenn man so normal und er wird nicht so sterben wir machen diese von mir ist nicht so gerade am bluten der ganz ist voller waffen ich höre fähig er hat man muss ganz heißen die maria sind weil ich habe gar keine rüstung verabschiedet bleibt mir gibt es in der truhe und jetzt will ich das wie lange noch nach drei minuten dann kommen ich habe einen händen ich habe kaum nicht aber keine granatengeist noch klar aus dass die kies bisschen kacke haben mein gott ich will nicht das leiden bitte irgendwo ein gp oder ein ring ich werde wieder snipet pass auf dem dach ich weiß schon wenn du sowas ziehst dann brauchst du auch dafür wieder ne ding ist wiederum naja aber ich krieg mal immer mal wieder ein bisschen viel ja ja diese glück aber kensin ist dabei bei euch ne ich hätte schon lustiger kannst du bitte mal klicken klicken sie ist so lang und er ist an dem ihren trinkt oberen ziel ist mir wenn er aus lobt ein in einem anderen in den vorhandenen komplett mit dem in den Stadt anerfolge der Lektik das war schon die Frage durch die ich habe jetzt was zu essen vielleicht steht aus den einmal kaputt mit fall der mit auf amerikaner sagt oder was 23 33 videos mit stabil ich habe das so gut wie gewonnen ich hätte nur taktisch spiele ich habe ein fulles equipment mit ich sehe ich glaube ich bin eure kistenroute ja so eine jungfrau ist nicht immer jungfrau ist aber der schon er brennt so hart ja 23 3 und bitte gerne mal mit mir hätte ich jetzt gewonnen aber wir müssen noch so richtig abstand halten hat er nicht gezogen zudem und er hat es doch jungen ach ja es gibt ja auch noch und ein schadet rüstung ziehen klar er war du woher weißt du es ich habe da noch nie in den schadet rüstungen gezogen jetzt kommentar im nein du bist der einzige noch kein mini hat ich bin einfach rein aus meinem backpack und sagt ich hab dir gezogen kein fall muss essen ja okay hau rein danke aber noch für deine hilfe ich muss jetzt auch hier nur erstmal verkaufen junge ich habe jetzt den schluss gleich in einem paar sekunden jetzt stopp 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 wir haben 31 stopp jetzt keine kisten mehr nun seit ehrlich zu euch selber jetzt guck mal ich gucke noch mal in die kiste ruby ist da ruby der lustige alter kann ich mein saf wenigstens schnell verkaufen einfach ausloggen ruby wenn du so lustig sein willst einfach mal sims du weißt selber du machst uns jeden tag minus durch uns das ist so so lustig der typen damit oder NMT mein Kieger er hat uns traurig ich bin gerade die ganze Zeit im Niederland schätzt das Leben wenn ich aber ich will es trotzdem finden das sind ganz stark er hat jetzt alle die Minigabe daraus ein bisschen davon war es um ich habe mich damit ihr sagt dann was los geht man kann man kann sich auch verkehren ja dann die fast jetzt kommt zwei häuser nicht schlecht aber ich glaube ich jetzt ja ohne kämpfen mit kämpfen weiß ich jetzt nicht das ist nicht das ist nicht das ist eigentlich das kann ich nicht mehr so können wir denn sonst habe ich eigentlich krank viel glück bekommen mit der dinge kommt ihr damit und glaubt gar nicht dass ich so eine griff gezogen habe ich habe ich auch gehabt weil ich muss euch vorstellen ich habe doppelte große schuhe habe ich auch hier geben gelassen aber mir geht auch klar gibt mir bitte noch zehn minuten mir bitte noch zehn minuten jetzt vielleicht muten bitte und du versuchst du deinen stuff kommen wir runter hier war monster video ja wir sind immer so vieles schicken hier bereit ja da kommen wir das für jemand muss doch mit mir was doch mit da ist noch einer von uns was an ihr in jahre gekommen aus dem haus ich sehe dich doch wie du das nix ach komm ich raus warte haben wir eigentlich alle vorgeteilt nein ja jetzt echt babas darf wenn wir da auch so wer wer wohin ich gehe in die halle ich gehe ins flugzeug nein ist mir egal wir können auch alle so gehen und ich gehe einfach zurück hier hinten wenn ihr wollt dann geht jeder in eine rückseite in gebäuden in gebäude campen ja nein 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 okay wir bleiben hier nur auf diesem offenen feld vielleicht hinter autos parken ist okay aber nicht aber nicht rein nicht eine in flugzeuge oder so was also ich bin ich bin meiner position ja ja ich eigentlich auch gedroht 2 1 äh ist das nackt da? weil der steht aufkommt nein der ist nicht da okay dann warten wir kurz dann warten wir kurz kurz na wir warten wir warten ich hab nen dreckchen bekommen mit dem dreckchen also ich bin ready same was war denn los oder los? ja ruby ist noch ein schön ja ruby sag ich sag ruby ich sag äh dagi also ich werd los machen ruby will auch mitspielen er hat gesagt 10 minuten ist er wieder da also gib mir 10 minuten er wills immer noch spielen ja wir warten 2 minuten macht spannend lasst erst ein abo da erst dann starten wir äh ruby hat äh kaki waki ja das hin das hin das hin ruby sehr schön ja lustiger von dir wer wird jetzt auseinandergenommen gell die sich schon weggelockt oder was? ja meinst du ja drich die ist nicht mehr im Nia ja ruby ist jp bait ja klar jp bait ich hab keine lust was macht der hier? jetzt war er wieder weg jeder geht an seine ecke und dann machen wir wer ist los in der okay wir haben jetzt 3, 2, 1, let's go nein da ist ein letzte tübe wir haben keine heroes hier wir sagen so ein letzte tübe ich denke es ist kein hero also go oder was? ja ja von mir ja okay dann 3 2, 1, let's go 2, 1, let's go okay hier ist mir jetzt mein Kopf ja und ich hätt von ruby gebacksteppt ja wo ist ruby? auf dem ding hangar lass mal kurz warten also mach ich dich jetzt lassen oder was? naja lass warten ja das ist alter diese leute ich verstehe es nicht ruby auf jeden fall du bist heute heute nachmittag bist du auf jeden fall nochmal gehuntet ja ist mir auch egal wenn du wieder an diesem behinderten crosswalk den cams ich bringe da ein zwei werte hin und du bist sowieso tot also spaß haben wirst du auf jeden fall nicht haben wenn wenn ich heute abend nochmal zock nee wir zocken wir warten erst mal ge gtm1 du ja besser so du ist doch besser so hä what the fuck du musst das nicht beleidigen also können wir erst raus ja okay warte von mir aus was 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 ich bin von der seite da gibt sachen wo man sie hoch schießen kann ok ok ja ich hätte eigentlich auch vor dass mir renate rost werfen egal ok 3 2 1 von mir aus let's go mein gott ach junge wie junge wie ist denn an ihr oder die dahin gekommen ich weiß gar nicht dass er da ist junge wie wies ja die granaten tun schon weh keine granaten köpfe das war das war das rpg ist auch so ich bin so leichtes ziel da mitschern abgeben aber die menschen mehr also bei der europäer der europäer der europäer der europäer der europäer warum man als aruba hat er hat oder oder hält sie war das warum sind wir auf einmal so ehrenlos ja wir sind doch verloren weil er einfach auf karsch in der zeit ich habe euch nicht beleidigen ich habe euch nicht beleidigt aber gesagt dass es einfach nicht so nett ist von euch das ist ja einfach an uns ganze zeit in der mann anführungszeichen streams leidt ich gebe euch hören es ist jetzt noch nie zum titel oder was was er heftig ist gekriegt er hat einen homing laut ja ich habe alle am homing aus dem bau ich über drei homings oder so gehabt aber dafür habe ich so ein heftiges ecke vielleicht durch diesen tut herbekommen da muss man schätzt hier in uns das ist es in der ausgesellschaft der tippierungen von der kumpel waren du wies ich auch nicht in den Bombe alter die beschlüsse der 1 2 Monaten was immer nicht ins Munde verging Prozent Niederländer ist und könnte kein deutsch versteht aber okay immerzeit wird sie machen schon mal nicht beantwortet in die Mannheim hätte sie auch noch mehr schlitter um naja so schädlich wie normale Köpfen ist auf jeden Fall dann gehen wir das noch mal machen reich gewonnen keiner wir haben gar nicht gespielt Krupp in der ganzen Slam-Sniper ja eigentlich wollte ich ihn gerne mit JP wegfetzt noch das Bait zu machen verkauf noch gar nicht und welchen schädigen von da hoch zu fliegen nach komm schon das gilt der kassiert also ganze zeit nur was wir tun er muss von dem erfordern immer wieder zu fliegen m die klinik hat mir an den mitten im kieler hoch zu fliegen ich gebe mich kurz wieder kürzen Nein, ich dachte jetzt, wir können so gechillt was machen, aber das ist... Ja, aber dann muss man halt Schluss machen. Ich hätte nicht gedacht, dass es LC sowas macht, aber... Ist jetzt Toxiker, dass er Prima hat. Oh mein Gott. Er ist bei mir, er ist in Tamek drin. In der Zinsen sind wir einfach gerade in den Zinsen drin. Aus der Burge. Ich bin jetzt Tamek. Einfach kein Dildo hier mehr. Von mir erst kann man gleich wieder GTM... Dings bisschen gehen. Ja, komm wir auch. Nee, nicht unbedingt. Wichtig ist aber auch nicht da mehr. Ja, und da sind auch ein paar DRZ-Spieler. Das ist nicht, ich glaube kein Eben. Okay, er trifft mich. Das ist aber LC, der traut sich irgendwie gefühlt. Only Bike oder Binback? Ja, stabil. Das Problem ist aber, unser Fight wurde gecrasht, weil LC, Ruby und Nils Wund... Und ich dachte, ah, das Filmstile habe ich mal den Marshall-Room. Wirst du sagen, ne? Ist bisschen blöd gelaufen. Hinter dir, ich bin das. Hinter dir, ich bin das. Hinter dem Monster. Wer ist eigentlich der Hüter? In diesem Mann. Ja, der zeigt, wie der Kopf Nils, Mann. Ja, ist er auch. Wer ist der Typ, der... Wer ist der Typ hier da oben? Das... Du. Schon gesehen... Oh. Oh. Wie's? Weiß? Na ja, Alter, mal Schwung. Oh. Wie's? Machen wir eine Maschurum? Wie heißt? Wie heißt wo? Wie ist die Hüteresplätze? Wie heißt wo, die Hüteresplätze? Das hält sie. Da kann ich mich mal làm? ich habe gedacht im Moment steht jedes Jahr das ist es ist dieser Kreis zu dem nicht das heißt es ist kein Bild dabei hat ich bin die Welt ob wir herunterzulocken wenn man muss nun gehen die will dass sie bei der Art und Stahl den Hälften das ist ein Kind das ist es nicht so Sturm die nichts ist ja Jungs ich glaube ich bin in stream und kann die Pläuze der Wand vor ein paar Leute zweit bisschen echt ehrenlos von anderen leuten stabiler tag dank dass alle da waren tschüss warte mal es sagt mir bitte nicht dass nur ein auf gtm in game heißt du hast doch mein kopf wer wirst du